hey leute herzlich willkommen auf meinem youtube kanal herzlich willkommen bei super ullis electro arcade dem ersten deutschen arcade kanal seit zehn jahren betreibe ich ein außergewöhnliches hobby ich restauriere und sammle videospielautomaten aus den 1970er und 1980er jahren der sogenannten goldenen zeit der videospiele nach einem jahrzehnt voller begeisterung und leidenschaft ist jetzt zeit für etwas neues zeit für veränderung zeit für super ullis electro arcade 1971 war ein guter jahrgang intel produzierte den ersten serienreifen ein chip mikroprozessor den c4004 produzent, drehbuchautor und regisseur george lucas drehte seinen ersten spielfilm THX 1138 wenige jahre später sollte lucas durch star wars weltberühmt werden nothing associates veröffentlichte das erste kommerzielle münzbetriebene arkadespiel der welt computer space ach ja fast hätte ich es vergessen am 19 februar 1971 wurde ich geboren ich hatte vermutlich die schönste kindheit die man sich nur vorstellen kann zog mit meiner bande durch die straßen unserer kleinstadt lebte das abenteuer auch elektronisch denn mit zehn bekam ich ein atari 2600 das vectrex kaufte ich mit zwölf zwei jahre später ein commodore 64 in dieser zeit wurde ein traum geboren lange glaubte ich es würde für immer einer bleiben bis heute jetzt im neuen jahrtausend liebe ich den arkadetraum lange hatte ich nach einem eigenheim gesucht das mir genügend platz zum leben und zum ausüben meiner hobbys bieten würde vor knapp zwei jahren tauchte dann im internet dieses haus auf das beschrieben wurde als geräumige architekten villa mit gehobener ausstattung nach einigen besichtigungsterminen und reiflicher überlegung schlug ich schließlich zu und wurde somit stolzer besitzer dieses anwesens auf 280 quadratmetern bietet es mir genügend entfaltungs und erholungs möglichkeiten wie zb ein fernsehzimmer oder eine kleine sauna hobby technisch mit am wichtigsten war mir aber dass meine videospiel automatensammlung den platz bekommt den sie benötigt und natürlich verdient im untergeschoss des hauses welches glücklicherweise auch einen ebenerdigen zugang besitzt befindet sich ein großer partykeller aus den 1970er jahren sowie diverse räume die als zukünftiger game room fungieren werden zusätzlich habe ich mir dort auch eine kleine werkstatt eingerichtet dies mehr ermöglicht anfallende reparaturen oder restaurierungen auszuführen all dies und noch viel viel mehr werden wir gemeinsam angehen und wir werden erleben wie aus einem relativ unspektakulären altbackenen untergeschoss langsam aber sicher das ultimative vergnügungsviertel entsteht ich nenne es super uli's electro arcade auf geht's ok wir sind am ende der treppen angekommen und gehen jetzt einfach mal gemeinsam ins haus mal schauen was uns da so erwartet tür zu gut durch einen kleinen windfang kommen wir in einen großen raum in einen geräumigen raum den wir einfach nur die halle nennen die halle ist eigentlich ein sehr heller raum ich musste aber hinten die rollläden mal runter lassen weil es sonst problem beim film mit dem gegenlicht gegeben hätte und wir sehen ja auch gleich das herzstück eigentlich die 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 kirsche auf der sahne torte meiner videospielautomatensammlung das ist computer space wer computer space nicht kennt computer space war der erste kommerzielle videospielautomat der welt das gleiche baujahr wie ich 1971 allerdings war der automat ja eigentlich finanziell kein großer erfolg und deshalb wurden von dem automaten auch nur wenige produziert von dem gelben gibt es angeblich nur acht stück weltweit es gibt den automaten auch noch in blau in rot es gibt eine grüne zwei spieler variante und für einen film aus den 70er jahren wurde ein einziges exemplar in weiß hergestellt ich höre es gerne wenn du lachst komm und spiel mit nein danke ich danke dir für dieses spiel hier es freut mich dass es dir spaß macht der automat selbst ist in funktionsfähigem zustand er ist in wirklich hervorragendem zustand hat allerdings ein problem nämlich das problem das erkennen wir hier sehen wir hier nämlich der bildschirm der fernseher der verwendet wurde ist doch recht schwach und sollte dringend mal überarbeitet werden wir werden uns mit computer space in einer späteren folge in einem späteren video genauer beschäftigen wir werden das problem des fernsehers angehen aber für jetzt hat der automat hier in der halle einen wirklich hervorragenden platz gefunden und löst doch bei besuchern die zu uns kommen ja eine gewisse form von begeisterung aus gut aus der halle geht es in diverse andere räume unter anderem geht es auch hier die treppen nach unten in den keller ins erdgeschoss und dort wird mein zukünftiges automatenzimmer sein mein game room to be und den ist stand den werden wir uns jetzt mal anschauen so ich möchte jetzt mal eine führung durch das zukünftige automatenzimmer geben so wie es da momentan drin ausschaut gemacht worden ist noch nichts außer ein paar automaten reingestellt so dass man ungefähr eine idee hat wie das aussehen könnte wir machen mal die tür auf die tür wird später übrigens ersetzt durch eine rolltür falltür weil die sonst gleich gegen die automaten knallt wenn man reinkommt wir haben hier ein cubert stehen neben dem cubert galaga dann diese eingetötete kiste ist der centipede der ist deswegen verhüllt weil er schon fertig restauriert ist dass er nicht schmutzig wird dann haben wir daneben ein tempest vollkommen unrestauriert aber wirklich in tollem originalen zustand dann nehmen wir links vorbei schauen mal den gang runter da steht ein klacks in den klacks kommt dann noch eine tetris platine rein und mit dem umschalter kann man zwischen den zwei wirklich tollen puzzle spielen wählen daneben steht berserk der hat auch noch ein frenzy kit installiert dann kommt der crystal castles für mich mit der geilste automat überhaupt weil das artwork ist einfach überragend das bin ich uli schaut euch das mal an ok dann haben wir in asteroids naja in wirklich schrecklichem zustand panel total verrostet aber da habe ich auch ein repro aus den usa und ganz in der ecke steht noch tepper ich lieb dieses spiel diesen tollen ausschank joysticks hier ok auf der anderen seite haben wir einen missile command daneben klassiker schlechthin pacman auch schon fertig restauriert dann den moon patrol moon patrol war das allererste spiel das ich jemals gespielt habe das allererste arkade spiel stand bei uns damals auf dem altstadtfest natürlich in keiner dedicated form aber ich erinnere mich noch sehr gut daran da viele mark versenkt zu haben und schließlich noch ein gravita ok wenn wir jetzt mal zurückschauen hier dann sehen wir natürlich gleich eine gewisse problematik nämlich die ganze das ganze ding ist sehr sehr eng also zwischen dem berserk hier und dem gravita sind es circa 60 zentimeter das heißt wird sehr schwierig werden dass da zwei leute gleichzeitig an den automaten spielen und wenn man stuhl rein stellt dann ja wird es ein ziemliches gesteige und geschiebe und damit bin ich eigentlich nicht zufrieden gucken noch mal zurück andere seite wo wir reingekommen sind da ist der cubert diese reihe mit dem centipede und dem gallagher und ganz hinten der tempest nehmen wir die kamera nach oben hier in der mitte stehen acht automaten und da hinten eben noch mal die fünf die wir gerade hatten wenn man das zusammen zählt 18 15 mal bei 13 automaten in einem doch recht kleinen raum es würde gehen die frage ist hat man dann noch einen gewissen spielkomfort oder ist es nur geht es nur darum möglichst viele automaten auf einem raum zu haben auf einem platz zu haben und deswegen werden wir jetzt mal einfach ein ein bisschen umräumen mal zwei automaten rausnehmen und die restlichen automaten irgendwie verteilen gegen die wand schieben so dass wir in der mitte vielleicht etwas mehr platz haben beziehungsweise dann noch einen anderen automaten in die mitte stellen können ok und das wollen wir jetzt einfach mal probieren ok ich habe mal ein wenig umgestellt ein automatisch verschwunden dass der cubert den habe ich mal vor die türe gestellt hat keinen bestimmten grund außer der tatsache dass einfach am nächsten an der türe stand und wir wollen mal schauen ob wir mit einem automaten weniger vielleicht was besseres zustande kriegen kurzer überblick hier ist die tür durch die wir vorhin reingekommen sind dann direkt an der wand stehen jetzt drei automaten wie gesagt das ist relativ willkürlich die standen einfach da und ich habe es jetzt an die wand geschoben wahrscheinlich nicht das beste line up aber so bekommt man einen ganz guten überblick mal wie man es sein könnte in oder fast in der mitte habe ich jetzt zwei automaten rückwand an rückwand gestellt das müssten dann falls man sich für dieses setup entscheidet natürlich zwei sein die schön zusammenpassen von der form vielleicht als beispiel der cubert und der missile command oder der pacman und der gallagher die von der form identisch sind oder fast identisch sind diese kleine insel in der mitte kann man dann einfach schön rum gehen und der vorteil von der geschichte ist dass man a die wunderbaren artworks bestaunen kann und b wenn ich jetzt hier zum beispiel an einem dieser automaten spiele dann besteht überhaupt nicht gefahr dass jemand hinter mir spielt weil ja die automaten um 90 grad gedreht dann dagegen stehen ok wir drehen uns um da habe ich jetzt zum beispiel den pacman und den gallagher auch direkt an die wand geschoben und hinten diese fünfer reihe die wir vorhin auch schon hatten die bleibt im prinzip bestehen auch hier habe ich jetzt mal ganz kurz was geändert vom line up aber das ist nicht so wild das soll ja nur helfen einen überblick zu bekommen das problem vorhin war eben dieser gang der nur 60 zentimeter breit ist um ehrlich zu sein ist der jetzt auch nicht wirklich breiter vielleicht ein paar zentimeter allerdings wie gesagt hier eben diese dieser vorteil dass man sich wenn man an den geräten spielt nicht in die quere kommt nicht mit dem hintern aneinander bümmelt weil hier überhaupt nicht gespielt werden kann und hier wo diese gefahr besteht dass man aneinander eimert da ist es natürlich so dass der abstand etwas größer ist so dass man da schon ganz gut spielen könnte diese drei automaten also hier 1 2 und 3 die stehen in einer flucht in einer linie oder sollten sie zumindest so dass man da auch zumindest ein ein gewisses system eine gewisse linienführung drin hat und der automat am ende der steht dann quasi in der flucht von dieser linie hier gefällt mir ehrlich gesagt ein ticken besser ich habe das gefühl es wirkt etwas geräumiger liegt vielleicht auch daran dass einfach ein automat fehlt was schade ist aber naja gut geht ja darum dass es ein game room ist in dem man gerne geht zum spiel und nicht wo man sich rein quetschen muss und gefahr läuft dass man vielleicht auch gar nicht mehr raus kommt weil es einfach viel zu eng ist mal schauen ob wir noch eine andere möglichkeit finden so ich bin zurück ich habe das letzte setup erstmal beibehalten habe allerdings die caps ein bisschen rumgeschoben und ausgetauscht so wie ich es vielleicht später mir vorstellen könnte schauen wir uns das mal an erst was ich gemacht habe ist ja die tür ausgehängt da kommt ja wie gesagt später eine rolltür oder eine falltür hin und wenn man die öffnet dass man das ist quasi der erste eindruck den man hat man schaut direkt auf ja eines der klassischsten caps überhaupt pacman automat und daneben weil diese schön zusammenpassen steht dann der galaga der sieht jetzt höher aus ist aber in wirklichkeit gleich hoch ich habe den gerade nur auf ein rollbrett gesetzt um den besser bewegen zu können weil da noch keine schönen leg levelers aus nylon nylon naja was immer auch darunter sind also die beiden automaten hier direkt an der wand in die mitte habe ich jetzt mal den cubert und den missile command gestellt die sind nicht so hoch hat den vorteil dass man das ist ungefähr meine sichthöhe meter 80 bin ich dass man auch die automaten dahinter gleich schön sehen kann die nicht verdeckt werden wenn man reinkommt wie ich vorhin schon erwähnte diese insel in der mitte um die ich rumlaufen kann so bin jetzt wieder am anfang dann hier an der wand steht der crystal castles den habe ich deswegen gleich neben den eingang gestellt weil oder damit man dieses wunderbare artwork auch auf der seite bewundern kann daneben der moon patrol und ganz in der ecke steht gerade aktuell der gravita wobei ich glaube dass der nicht den weg in den game room finden wird genauso wie der tempest der steht momentan auch draußen vielleicht dazu später mehr ok und wenn wir uns umdrehen dann haben wir die bekannte reihe von vorhin schon den clucks den berserk den asteroids der auch ganz riesig aussieht aber ebenso auf rollen steht und dann haben wir den centipede nebendran und in der ecke steht der tapper und die ecke gefällt mir eigentlich recht gut kann man auch wunderbar hier einen barhocker rein stellen habe ich gerade mal gemacht damit man quasi das gefühl hat ja das spiel geht ja um einen barkeeper dass man das gefühl hat an der bar auch gleich zu sitzen also jetzt habe ich hier gehen wir noch mal kurz durch 1 2 3 4 5 automaten 6 7 8 9 10 und in der mitte noch die beiden automaten 11 12 ein bisschen weniger als ich ursprünglich gedacht hatte als hier eingezogen bin in das haus hatte ich gedacht okay vielleicht bringe ich in den game room mit ein bisschen quetschen 17 automaten rein naja aus 17 wurden jetzt 12 ist besser als nichts gefällt mir so vom setup doch eigentlich ziemlich gut wir haben noch immer recht enge gassen zwischen den caps aber mein gott man kann nicht alles haben so vielleicht habe ich noch eine andere idee mal wieder auf den nachdenksessel gehen eine sache vergaß ich noch zu erwähnen ich sagte ja vorhin dass der gravita sehr wahrscheinlich den game room verlassen wird ich habe diverse möglichkeiten den zu ersetzen was vielleicht aufgefallen ist dass kein einziges nintendo cap hier drin ist das hat einen grund ich möchte die an einer anderen stelle im haus prominent platzieren nicht hier im game room versenken sondern wo sie vielleicht noch mehr beachtung finden als hier im raum das wäre um die caps zu nennen dunky kong dunky kong junior und dunky kong 3 also schönen dunky kong reihe und hier an die stelle vom gravita da werde ich auch schon einen tollen ersatz finden so leute ich habe mal ein wenig nachgedacht und bin zu einer entscheidung gekommen dieser raum hier ist einfach zu klein punkt man kann es drehen und wenden wie man will ich bringe leider nicht die anzahl an automaten unter die ich gerne unterbringen würde ich habe bestimmt noch vier bis sechs weitere geräte im lager oder woanders stehen die ich einfach gerne auch aufstellen würde und die bringe ich hier einfach nicht unter ich hatte mal zu meinen hochzeiten 70 80 automaten davon war ein großteil irgendwo in einem lager in meinem damaligen appartement hatte ich 14 15 16 automaten und inzwischen habe ich einen großteil davon verkauft ich habe jetzt vielleicht noch 20 und die würde ich ganz gerne auch aufstellen jetzt natürlich die frage was tun das thema kann man nicht größer machen ich bringe auch wirklich nicht mehr unter aber ich hatte eine idee und in einer gewissen form hat das doch was mit größer machen zu tun hier an dieser stelle neben dem tepper ihr erinnert euch vielleicht genau da ist wie man unschwer erkennen kann eine wand ja diese wand wird nicht mehr lange dort sein denn in einer guten woche werde ich zusammen mit zwei kollegen einen durchbruch durch diese wand durchführen die wand kommt nicht ganz weg sondern wir werden nur einen durchgang im prinzip schaffen so dass man von dort in ein anderes zimmer gehen kann und wie es dort ausschaut oder wo das hinführt das zeige ich euch jetzt mal so also gehen wir hier raus an der hübschen kleinen sauna vorbei durch die nicht so hübsche waschküche und nebendran ist dieser raum licht an und rein ja das sieht doch nach absoluter ordnung aus hier sollte ursprünglich mal meine werkstatt rein es ist momentan ein ja ein lager wo ich die ganzen ersatzteile unterbringe und wenn wir uns mal umdrehen dann ist hier ein wunderschöner schrank und genau da von hier bis hier ungefähr hinten dran da werden wir den durchbruch durchführen der raum ist nicht sonderlich groß ich denke mal es sind vielleicht neun quadratmeter aber von der größe ist es so dass ich hier an der hinteren wand vier automaten nebeneinander hinbringe und wenn wir uns umdrehen vor dieser tür die wir dann auch ausgewechselt kommt eine falttür rein und die soll dann nur noch dazu da sein wenn mal was kaputt ist dass man hier auch schnell raus kommt also auch auf der seite würde ich vier automaten unterbringen und dann hätten wir in diesem kleinen raum acht neue stellplätze geschaffen das klingt doch eigentlich nicht so schlecht wir gehen mal wieder zurück in das andere zimmer so und dann noch mal ganz kurz zusammengefasst hätten wir hier in diesem raum je nachdem wie wir es stellen 12 automaten 13 automaten und wir haben hier dann einen durchgang da kommt keine tür rein das wird lediglich ein durchgang geschaffen von 80 cm breite und da können wir dann in den anderen raum gehen und haben da eben noch mal acht automaten stehen ich denke das ist okay das sind dann insgesamt 20 stück ich glaube das ist für eine ein mann show auch vernünftig das ist handelbar es gibt leute die haben 100 120 150 automaten und da fragt man sich schon wie wollen die die jemals am laufen haben am laufen halten geschweige denn die auch irgendwo aufstellen also man muss da in diesem hobby auch ein wenig realistisch bleiben wie gesagt ich hatte auch mal eine vielzahl an automaten und habe das inzwischen so stark reduziert dass ich auch sagen kann ich habe eigentlich die geräte die ich haben möchte und damit bin ich auch sehr zufrieden also in der nächsten woche wird der durchbruch gemacht und vorher gilt es aber erstmal diesen raum und auch den anderen raum vollkommen leer zu räumen denn das wird eine riesen sauerei werden ja und da freue ich mich schon drauf wie schnitzel